sache mal jawohl, hau einmal drauf die waffe ist ganz cool aber aber ja man muss halt echt viel abschießen hier um dass man hier mal den blatt bekommen sag ich mal was ist schon nicht so schön ist ein spielplatz hier oder was ach du bist eine blöde sauja nachher guck mal die feld bei der sau lang das messer gut es ist schon mal schön ist bei der sau ist messer lang der ganze position hier du mir verschießen hier so jemand wie nenne mit vor oder zurück oder was oder wie oder was auch zurück vielleicht muss ich durch okay ja wenn man halt wenn der momenten mal hä äh äh ich glaube ich müsste auch schon lange weil nämlich hier da muss ich schreien ne da macht doch mal jetzt das team weg hier okay jetzt nimmt sie das hier mal na endlich hat sie es okay perfekt sind wir am bus da liegt was so jawohl perfekt schade ist dass sie diese zombies nicht mit auf der karte ziehst was ist denn das so mädchen ja wir haben sie im gefängnis gesehen na dann hinterher ja aber wirklich bewährte zu kiez immer mädchen 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 wo wird sie denn sein wer wird sie denn sein wird sie denn sein auf alle fälle ist hier auch nicht gerade schön meine kühle so rin müssen ein bisschen an silent hill hier aber da komme ich auch die weiter irgendwie das hat mich irgendwie immer ich weiß nicht komme ich nicht weiter einfach ich denke mal müsste der blutspore folgen wir nehmen sie mal an und was ist du denn bei einer alter verwollt hat mich was gestorben hier was nicht aber da was nicht aber da hier ach nee oder warte mal das war ja klar jetzt ich denke jetzt kommt keiner mehr oder es ist etwas stiller geworden guck mal hängen sie irgendwann jetzt kommen wir da gestalten um ja hey so jetzt können wir glaube ich hier aufmachen so jetzt so jetzt so jetzt ich habe mich getroffen leute mensch wahnsinn na das habe ich gespürt dass das jetzt nicht schon wieder klappt beim zweiten mal ne das war ja wohl ding gewesen sei auch schon mal na komm ich bin ja nicht sicher jetzt hier gewesen es hat überall gleich vibriert ich bin ja nicht sicher jetzt hier gewesen es hat überall gleich vibriert so jetzt bin ich aber gut leute jetzt bin ich aber gut hier ja schrotflinten munitionshalter ok wow man 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 werden wir besser hier werden wir besser hier ja sind da oben los was ist denn das überhaupt hier von der scheiße Meine Kühe, ey. Was ist jetzt schon wieder? Das war ja klar, ne? Jetzt hier wieder hier irgend so ein Blippo ums Eck geschossen kommt. Ja, aber komm. Oh, wie das so ein So ein komisches Komisches Ding hier. So verbetten hier, ey. Meine Kühe. Eine prima Ballerina, so. Okay, Alkohol. Ach nee, nicht schon wieder, oder? Ach so, kleine Hände haben wir ja nicht. Haben wir ja nicht. Gott sei Dank haben wir keine kleinen Hände. Ach, noch eine Dürre. Gott sei Dank für die Türen hier, ey. Geht ja gar nicht. So, was haben wir gemacht jetzt? Irgendwie die Türen aufgemacht, oder was? Oh, oh, oh. Naja, ich geh mal lieber weiter. Oh, Mann, 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 Leute. Warte mal, da lang kann man nicht gehen, oder? Ne. Tritt, die Meurer haben hier mal vor die Füße kommen hier. Mann. Manchmal ist es schon echt was seltsam. Ach, die kommen mal her, oder was? Die sind jetzt hier mal im Kreis gelaufen. Kommen wir hier nicht durch? Ne, wie? Wie jetzt? Ach so. Ach, jetzt verstehe ich's. Okay, ich muss schnell den Hebel bedenken. Und dann schnell. Komm weg hier. Muss mich doch beeilen, hieß es. Oh, wie soll ich denn hier zu schnell hinladen? Leide, Leide, Leide. Oh, ich renne mal gegen die Wände hier. So, ich bin durch. Ach, ne, ich bin nicht nur scheiße. Ne, wie jetzt? Ist doch übelst. Oder wie schnell soll ich denn hier noch sein? Jetzt steht ja alles vor die Füße hier. Muss nämlich schnell sein. Na toll. Ist schon zu spät wieder. Ja, hätte ich deine Mädchen jetzt gebraucht, ne? Ach, das ist doch beschiss. Oh, nee, oder? Gibt's da keinen anderen Weg, oder was? Wie sieht's denn mit... Ne. Mit dem Weg aus, ja. Ach, nee, das nützt mir nix, ne? Das ist ja hier. Da sind wir ja... gekommen. Okay, dann gehen wir mal hier vor, ne? Ja. Na gut, okay, dann gehen wir hier noch wieder. Ja, okay, 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 okay. Gott, wie schnell ist er euch denn da rennt, ey, Leute? Das ist ja übelst, oder? Hm. Viertelstunde noch, ey, Leute, und dann... Oh, scheiße, verabschieden erst mal. Wenn wir es denn hier mal schaffen würden, wäre das so geil, ey. Sinnlos, ich bleib hier immer irgendwo hängen. Ich find diese Rennsteuerung etwas kacke hier, da kannst du nicht rennen und... Ähm, ich find, wenn man hier so, warte mal, kann man das nicht einstellen, wenn man hier drückt... ...dass es dann das Ducken auf X vielleicht ist und nicht rennen, warte mal. Das ist ja scheiße, ey, sonst... ...find ich jetzt mal so. Ach, kann man nix einstellen, ne? Ah, hier, Sprinten L3. ...die... ...nä, ich weiß... ...dass sie nicht. ...dass sie nicht. Und ich weiß... ...dass sie nicht. Also wartet mal Genau, da kannst du wenigstens lenken und rennen Das ist doch viel einfacher, ne? Finde ich jetzt mal so Das ist alles noch das gleiche, ne? Nehm ich an